Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einem recht windigen Freitag starten wir morgen wechselhaft in das lange Pfingstwochenende. Bei gelegentlichen Schauern lässt sich auch mal die Sonne blicken. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad. Der Sonntag kommt ebenfalls durch Wachsen daher. Bei 22 Grad muss mit vereinzelten Schauern und auch Gewittern gerechnet werden. Die neue Woche startet bei Werten um die 24 Grad mit ganzen 11 Sonnenstunden. Im Tagesverlauf gesellen sich ein paar harmlose Wolken dazu. Am Dienstag geht es dann wechselhaft mit gelegentlichem Regen und Gewittern weiter.